das ist doch mega unfair es kommen keine Army-Kinder mehr Geh doch taunen, geh doch tot, Mann! Alter, Mann, das sind immer mehr! Was soll ich denn machen? Ja, genau, zum Tanz muss ich noch schauen Ja, wenn ich immer rauskommen würde, danke! Kommen wir irgendwelche Lebenden noch an, bitte? Fuck off! Raus und weg! Oh, ein riesen Sprung abhauen! Nein, nicht den! Oh mein Gott, ich hasse es einfach! Ich kann nicht drücken! Ich drück mit dem auf, so! Fuck off, Mann! Wo sind diese scheiß Basten, wenn man ihn überbraucht? Oh, da ist einer! Ausgemooft und... Yes! Dann ist mein Leben wieder voll! Aber aufall so ein scheiß Tank drauf! Was ist das? Ja, genau! Fünf am besten noch auf mich, sorry! Okay! Ich werde jetzt verprügelt! Ich krieg mich nicht aus der Ecke raus! Oh, leck mich doch, ey! Ich krieg so auf die Scheiß, bist du sicher, ey! Was ist denn einer? Konsumieren, schnell mal nicht! Ich konnte die wieder kommen! Konsumier den, Spasti doch! Ich hab voll... Jetzt kriegst du mich da nicht weg! Opfer! Ich darf den dann auch nicht brauchen! Oh! 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 Der kann jeder einen schwer in der Sache aus! Auf, was ich's anscheinend mache! Oh! 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 Das ist so! Oh! 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 Muss ich nicht ab? Oh! Da ist so ein scheiß Fisch. Konsum. Zu langsam habe ich es hingekriegt, ey. Feste ich. Hoch hier. Ja, du sollst mich nicht hier killen. Ich bin hier im Arsch. Mein Opfer. Wieder scheiß Movement machen. Movement, 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 movement. Oh fuck, getroffen wurde ich. Nein, Arschleck. Arschloch. Dazu. Piss dich doch. Nur weil ich weiß bin. Und ihr hässlich. I need ammo. Ja, was soll ich denn sagen? Ich muss mich mit diesen Wichsen. Krüppelfiecher anlegen. Voll gemoved. Ha. Lord, gib mir jetzt ein bisschen Leben. Oh fuck. Off, ey. Groß hier. Ja toll, das sind noch zwei Tanks, aber ich muss ein bisschen flüchten. Wird ich noch? Oh. Ah, das hat gereicht ein bisschen. Jetzt leide ich mal wieder hochrennen. Scheiß Tank. Ja, prügelt mich wieder ein. Jetzt konzipiert dich zuerst, mein Bruder. Weiß was, danach dicht direkt. Auf die Eier gieß. Vollgas, Vollpower. Ja. Endlich. Oh man. Das ist endlich für uns da zu sterben. Das ist noch gar nichts gewesen. Pass mal auf später. Doch normal ist das recht heftig. Da habe ich mir schon die Zehen ausbeißen müssen. Oh shit. Oh, der ist jetzt nicht so nett, denn ich habe das jetzt los. Das war nicht bestimmt. Ja. Oh, der roter Hauptmann. Ich habe da nichts. Ich verkaufe da nichts. Ja, ja. Ist okay. Ja, okay. Hemp. Was meine ich hier in der Kackenzone? Ja. So. Lande. Wir gucken uns nach Upgrades um. Wir haben ein bisschen was gekriegt. Health Boost. Den hole ich mir auch direkt, damit wir schön viel Leben haben. Das wird richtig wichtig sein, ganz ehrlich. Air Recovery. Das ist schwul. Schwul. Unnötig. Sprint Speed. Jump Höhe. Powers. Oh, das ist nice. Das haut richtig rein. Thermoptik ist nicht so wichtig. Da haben wir alles. Ground Shatter. Knuckle Shuck Wave. Kann uns alles nicht leisten. So ein Sprint Grab. Aber das ist unnötig. Erstmal. Erstmal. Steal. Konsumen. Ja, ich glaube, das geht klar. Vehikel. Das müssen wir nochmal lernen. Wapp, Waffen. Ja, okay. Den Rest werden wir uns erstmal erarbeiten müssen. Speichern wir. Und machen dann für heute auch Schluss, ne? So, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Kann ich auch theoretisch die Schwierigkeitsgrad noch verändern. Ich glaube nicht, ne? Nö, kann ich nicht. Also, wir werden so oder so. Zit durchschlagen müssen. Wapp. Okay, dann wollen wir nicht rein. Events. Okay, dann können wir uns sofort. Achso, das ist noch nicht. So, okay, okay. So. Damit verabschiede ich mich jetzt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein.